So, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch mal, wie wir kleinen Kinder das Geld wegnehmen. Und dann sehen wir hier, zack, die sterben dann natürlich an Aids, weil die sind ja nicht mehr ganz so wichtig. Und dann sterben sie auch schon. Und ja, so kriegt man hier quasi sein Geld zusammen. Einfach kleine Kinder aus Beuten, einfach hier so ein bisschen durchrennen. Und aufpassen, dass hier halt keine Hater unterwegs sind, weil guck, da ist zum Beispiel schon ein Hater. Oh scheiße, nein, 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 lass mich in Ruhe.